Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine kleine technische Zeichnung gestaltet, so einen kleinen Bauplan, wenn man möchte, so einen Grundriss von einem Raum und wie man diese Bemaßungen anbringt. Das zeige ich euch in diesem kurzen Video. Ich entferne einmal dieses Objekt, dann hole ich mir hier dieses Baiser-Werkzeug, Baiser-Kurven-Werkzeug, schaue, dass hier oben erstelle gewöhnlichen Baiser-Pfad aktiviert ist und Form keine aktiviert ist. Dann mache ich hier mal so eine Hilfslinie, ziehe die nach unten weg mit der gedrückten Steuerungstaste. Das garantiert mir, dass ich hier wirklich eine Senkrechte habe. Ohne Steuerungstaste könnte ich hier so durch die Gegend fahren und das wollen wir jetzt nicht. Diese Hilfslinie nutzen wir jetzt für unsere Grundfläche. Ich setze einmal hier einen Punkt hin, mit der gedrückten linken Maustaste, drücke die Steuerungstaste, fahre hier nach rechts weg, markiere hier mit der gedrückten linken Maustaste einen Punkt, drücke wieder die Steuerungstaste, fahre hier nach unten weg, wieder mit der linken Maustaste bestätige ich das Ganze, dann Steuerungstaste und dann fahre ich bis zu dieser Hilfslinie hin, bis dieses Zeichen erscheint, dieses kleine Excel. Das erscheint allerdings nur, wenn hier oben dieses Hufeisen aktiviert ist. Wenn dieses nicht erscheint, aktiviert hier einfach dieses Hufeisen. Dann fahre ich hier wieder mit der linken Maustaste, das bestätigt, drücke wieder die Steuerungstaste, fahre nach oben weg, bestätige das wieder mit der linken Maustaste, drücke wieder die Steuerungstaste und so kann ich fortfahren und schlussendlich kann ich hier diesen Pfad wieder schließen. Ihr seht hier, wie sich dieses Zeichen ändert. Wieder mit der linken Maustaste bestätige ich das Ganze. Diese Hilfslinie, die kann ich jetzt entfernen. Füllungen und Konturen, das habe ich euch schon in vielen, vielen anderen Videos gezeigt. Bitte gerne nachschauen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, diese Maße zu setzen und auch noch zu korrigieren. Ich gehe dazu auf Pfad, Pfadeffekte. Dann setze ich hier auf der rechten Seite Pfadeffekte hier um und hier unten dieses kleine Pluszeichen. Da möchte ich einmal drauf drücken, Bemaßungen und tippe hier einmal drauf und schon habe ich hier die Bemaßungen. Ich kann jetzt natürlich hergehen und das Ganze jederzeit ändern. Dann kann man das Ganze nach unten ziehen, nach oben und die Bemaßungen ändern sich mit. Ja, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, also wie man zum Beispiel wirklich einen millimetergenauen Plan zeichnet, wenn das euch interessiert, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.